Musik 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 Oh, liebe Kinder. Kommt raus, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es ist Weihnachtlich sehr. Allüberall auf den Pannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finsteren Tann, da rieß mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und jung soll nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erde, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, oh lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast du das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Apfel, Nuss und Mandelkern essen frohme Kinder gern. Hast du denn die Rute auch bei dir? Die Rute, sprach ich, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, da trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom All, wie komme ich her? Ich muss euch sagen, es ist Weihnachten sehr. Drum sprecht's, wie's hier oben ist. Sind's gute Kinder? Sind's böse Kinder? So liebe Kinder, jeder von euch, der jetzt meint, er war ein gutes Kind, der bekommt jetzt vom Nikolaus auch einen Weihnachten, ein Nikolausgeschenk. Lauren, darf ich dir das nochmal geben und den Stapion zu? Dankeschön. So Kinder, jetzt einer noch mal. So, jetzt gibt's die Süße. Du bist sauerisch. Mein Bruder ist dran. So, ich brauche mal noch. So, ich brauche mal noch. Geh mal noch mal. Geh mal noch mal dahin. Schau zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Ja, ich komm schon. Wir warten. Geh mal zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Geh mal zum Nikolaus. Hallo. So, jetzt. Gib mal vor. Ja, ich brauche mal zum Nikolaus. Sockset?